Du hast das Eis. Wer hat die Füße? Was? Was zur Hölle passiert da? Ich habe hier einen schrecklichen Blatter. Es wird eine Stücke brauchen. Bereit! Wir haben einen entdeckt. Zack. Nein. Kopfzieher ist natürlich totaler Schwachsinn. Eigentlich verklickt. Kriege ich sie jetzt auch. Ja! Noch einen. Magic kann jetzt den Rest übernehmen. Das kannst du schaffen. Einen noch, einen noch, einen noch. Bereit! Got it! Ja! Ich bin erledigt. Es sollte giftrapt werden. Yo! Got it! So. Kurz Platz machen. Bereit! Bereit! Nachdem Eischen zusammengeflickt hat. Nachdem Eischen zusammengeflickt hat. Dann werde ich mal versuchen, außenrum zu schleichen. Yo! Bereit! Er könnte zurück auf uns. Perfekt! Bereit! Okay! Ich höre wunderschöne Rufe, ja? Ui! Der Feind ist hier! Der sich nah vorbeischleichen kann, quasi. Oh! Bis hier hin zu kommen, bis wir ihn entdecken. Komisch. Geht ja vielleicht hier so und dann... Hm! Denen ist alles zuzutrauen. Das sind meine Webe, die letzte Worte. Sie werden nicht besser als Raider. Ich weiß nicht, wie viele noch übrig sind. Der eine da auf jeden Fall. Sechs, sieben? In die Richtung. Ja! Enemies Agent! Das ist schön. Ein weiterer von denen, die ich noch nicht gesehen hatte vorher. Noch nicht verwundet. Zack! Manches bei 92. Puh! Ja! 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 Ja, er ist ratlos jetzt. Ich darf es nicht. Das hier scheint einigermaßen gut zu laufen. Aber, aber ich bin wirklich ratlos, was ich jetzt mit Balime machen soll. Ob ich... Ich glaube, das Ding lasse ich einfach nichts nehmen. Die wichtigen Teile, die ich von dort haben will, die habe ich, glaube ich, alle schon. So. Das reicht genau zum Nachleiden. Links gibt es den Rest. Die Elite da hinten ist am Verbluten. Eins, zwei. Ich glaube, so acht müssten noch da sein. Ich bin gespannt. Bereit. Ich höre noch ein Treffen hier jetzt in dieser Runde. Oh ja, Richtung Süden. Ich finde, hier verfolgt uns einer. Tatsache, uns verfolgt einer. Das kann ja nicht besser laufen. Noch einer. Ja. Ja, wunderbar. Ein kleiner Positionswechsel ist schon erfrischt. Ready? So, mal schauen, was ich mit ihr mache. Und halt die anderen noch ihre Zeiteinheiten. Ähm. Gezeiteinheiten für eventuelle Unterbrechungen haben. Na gut, ist jetzt eh hinfällig. We haven't taken care of all of them. Something to keep in mind. Yeah. Finders, keepers. Okay. Irgendwann wird wohl keiner mehr sein. Dann mal weiter schauen. Hier wird nur irgendwo der Elite, diese Elite-Frau rumlungern. Einmal außenrum. Gucken. Das heißt, es sind unglaublich viele hier mit Scharfschützengebirren ausgestattet. Zack. Zack. Und Magic macht den Rest. Bam. So muss es laufen. So muss es laufen. So muss es laufen. Wir haben nicht an das hier einer rumlummen. Nee. Bestimmt nicht. Ich höre etwas strange. Noch einer von denen. Ich habe die Munition zwar nicht, aber es macht auch Spaß. Außerdem ist es Eisfertigkeit. Die müssen wir auch ein bisschen ausnutzen. Und Nick Nick. Was ein Dreck. Ich erzittere vor Angst. Kollege, so kommt es nicht weit. Ich habe etwas. Bereit. Das war ein Regeln-Booster. Kein gar nichts mehr schief gehen jetzt. Das hier liegt relativ gut mit nur, bis jetzt, mit nur zwei kleineren Kratzern als Verletzungen. Die verblutet so langsam vor sich hin. Ah, noch ein Elite. Und nicht die Verblutel. Das kann die ruhig mal weitermachen. Schwupp. Das sollten dann eigentlich bald alle gewesen sein. Und natürlich noch eine Mikroverletzung. Ich bin jetzt natürlich mit dem, das am ungünstigsten eigentlich mit ist, hingegangen. Yo. Bezüglich. Mit Grunt hätte ich da natürlich locker eine Granate hinschmeißen können. Ohne größere Probleme. Gucken, was der Typ macht. Was ist das? Na, noch auf. Okay. Ähm. Auch in Ordnung. Machen wir es halt so. 30. 28. Ach, tot. Ich glaube, zwei sind noch übrig und einer davon ist immer noch am Verbluten.